Kugler mit Bouncepads, Leute. So, jetzt passt mal auf, beziehungsweise mit Crashpads. Gebt euch jetzt mal gleich, wie weit wir mit dem Kugler fliegen werden. Ich glaube, das ist wieder Weltrekord, was wir hier gemacht haben. Ein paar Crashpads passiert. Jetzt gehen wir einmal in den Kugler rein. Insgesamt vier Stück. Und jetzt passt auf! Bam! Und... Ja. Es geht weit jetzt. Da geht noch ein bisschen weiter, noch weiter, noch weiter. Das sieht übelst weird aus. Man denkt, man ist in der Luft stecken geblieben. Aber irgendwann mal dreht sich der Baller gar nicht mehr so richtig. Guck mal, der wird immer langsamer. Und dann kommen wir irgendwann mal auf den Boden, Leute. Also, so kommt ihr richtig weit im Kampflabor.